Aber... Junge, das ist ein... Achso, ich dachte, das ist Top-Lin-Talent. Doch nicht. Jo, die gingen haben Spaß. Ich glaube, der war Top-Lin-TPen sogar. Oh, ich bin gesnared worden. Lol. Ich bin ja fucking snared worden. Er hat mein Tower ges... Okay, das war jetzt nicht so rough. Ich bin einfach vom Aphelios nach dem TP noch gesnared worden. Und jetzt hat der scheiß Olaf meinen Turret gesmited. Das ist natürlich nicht so lucky. Aber ich probier's einfach mal. Weißt du, man muss doch einfach mal... Warte, ne, Aphelios hat zwei Kills ja gerade. Oh, die haben unten gefeitet, als ich weg-TP'ed hab. Ich hab nicht nach Bot geguckt. Das Ding ist, ich hätte auch früher TP'en können, dann wäre der Ryze nicht gestorben. Aber wenn ich halt früher TP'e, dann gehen die halt einfach weg. Und ich hab mein TP geracet. Ich mein, so sind wir beide gestorben, war natürlich auch nicht rough. Hätte der Aphelios mich da nicht gesnared, hätte ich den wahrscheinlich saven können. Weil ich den in die Sin gestunnt hätte. Das war sehr an Fortschnitt. Bruder, da ist ein... Bruder... Das funktioniert ja sogar. Ich hab nix, ich hab nix. Ah, Digga, du kannst nicht in die scheiß Dinger reinlaufen. Das funktioniert nicht. Boah, Olaf ist so unfair. Ja. Der rückt doch weh. Also wie gesagt, ich hab legit das Gefühl, dass der Support sogar relativ strong ist. Der Spielzeit wird wirklich nicht gut. Gegen Aphelios zu springen gehört auf jeden Fall nicht zu den spaßigsten Sachen in diesem Game. So viel kann ich sagen. Ja, und jetzt? Digga, der Set ist so am runter rennen, ne? Der muss einfach mal seine scheiß Balls chillen, Alter. Der geht immer und überall rein. Egal, ob es irgendwie Sinn macht oder nicht. Und Olaf ist ein sehr fairer Champion. Das Game könnte doch für einfacher sein. Oh, nö. Digga, dieser Olaf. Boah! Das ist so disgusting, gegen Olaf zu spielen, Alter. Believe. E-Auto-Attack 1000 Damage. Ja, tschau, Alter. Ah, es reicht nicht. Ich hatte nichts. Ich hatte keinen Loons ready. Oh, ist das sad. Das ist so ein Massaker. Oh, Digga, ich miss aber auch alles gerade. Ich miss echt jeden Spell, holy shit. Aber die kommen ja auch alle mit 7 Milliarden Movements mit angeflattert. Oh, no. Warum fighten wir das? Warum nehmen wir nicht einmal den scheiß Strake? Der Drake wurde von Lee Sin auch noch gestealt. Ach, du Scheiße. Das ist schade. Ja, Nash. Boah, weiß ich nicht, ob ich da jetzt der größte Fan von bin, to be honest. Okay, wenn der Talender wieder alles wegschnitzelt, dann können wir das machen. Was ein weirdes Game, ey. Okay. Oh, ich gucke. Oh, ich gucke. Die Sabine. Das ist eine Becker. Okay. 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 Dieses Game macht mich fertig. ADCs. Was sind ADCs? Kennen wir nicht. GG. So, jetzt müssen wir wieder an den Elo-Gott beten, dass wir nicht plus 24 kriegen. Das wäre super. Das wäre wirklich 21. Ja gut. Chakusa. Junge, du bist es einfach, what the fuck, Kutscha, was habe ich da gerade gesehen? Ganz einfach. Junge, wenn wir gleich nicht mehr streamen, dann hat das irgendjemand reportet, für Sexual Abuse. Entschuldigung. Hat er kein Mana? Ich wollte unbedingt auch schilden. Ja, ich habe einen Tower, leider einen Tower gestellt, dann hatte ich keine Mana für wem mehr als Abed. Ob Chaco wirklich kommen? Immer noch kein Mana. Zeig Mana. Junge. Da kommt er einfach wieder, gibt dir den Bitch Slap des Jahres. Kann ich das freezen? Computer sagt nein. Nein. Ja, die Respekten den Kutschmaster nicht. Das ist natürlich ein Katastrophaler Fehler. Alter. Da muss man so eine Minion vorbeizukommen. Ja, da habe ich so. Da habe ich so. Da habe ich so. Da habe ich so. Ja, da habe ich so. Da habe ich so. Da habe ich so. Eine absolut saubere Performance hier bisher. Die ist noch Mitte. Ja, aber haben die einfach intet. Die hat einfach Bock. Ja gut, Plating habe ich nicht bekommen, ne? Oh nein, jetzt kriegst du das eine 10 Sekunden später. Das hat mir jetzt schon ein bisschen Krebs gegeben, bin ich ehrlich. Könnte auch harter int werden. 3 Sekunden hook. Oh, er hat aber noch gut reagiert, ey. Bot-Turt nehmen. Ja, einfach. Nett. Weil einfach, einfach, einfach ist meine Freunde. Oh, das ist ja. Oh, das ist ja. 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 Nice, nice, mit den Nash'n? Ich schon, ja, mit Kha'Zix. Ich lebe auch rechtzeitig, perfekt. Das ist ein Draven-Viameter. Allein durch den Buff nicht, ne. Der Buff ist nicht groß genug. Steht neben dem Lantrl-Flash drauf, Alter. So ist einfach ein Specialist. Ah, Leute, ich hab gewonnen. Da war's aber auch on fire, du. Das haben wir gut durchgecarried, das Game. Da hat man's wieder gut gesehen, Alter. Der Yasuo hat scheiße gespielt und geintet und war super behind und hat einfach trotzdem alles zerstört. Ah, Fiora, doch. Oh nein, ich will gar nicht sehen, wie viel Punkte ich krieg, Leute. Sag plus 14. Ich sag plus 15. 17! Was? Hammer. Das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich. Ich sag die Musik. Ich sag die Musik. Vielen Dank.